Normalerweise kommt das jetzt hier, das Fazit am Ende vom Stadionvlog, Audiovlog wie auch immer, aber diesmal gab es doch schon deutlich mehr Aufwand auch zu tun, hatte ja diesmal wieder Video am Start und auch Audio und so weiter, dann ist die Zeit, also hier urzeitmäßig auch schon sehr weit vorangeschritten irgendwann, deswegen habe ich jetzt hier mich entschieden, plus war eben das Fazit jetzt, was ihr gleich hören werdet, sehen werdet auch, wieder mal sehr, sehr lange geworden ist, habe ich mir entschieden, das hier extern einzeln hochzuladen, das heißt, wer quasi den Stadionvlog und auch das Intro von mir quasi sehen will, gerne ins Video, das dann danach kommt, auch gerne reinschauen. So, da ist sie, die erste Niederlage nach sechs Bundesligesegen in Folge, die Marke müssen wir auch trotzdem weiter im Kopf behalten, um auch das Spiel heute einzuordnen und auch dafür, damit ich hier ein bisschen besser durchkomme, habe ein bisschen Struktur gemacht, ein bisschen Stichpunkte gemacht. Nummer eins, das kam echt so ein bisschen aus dem Nichts, ich habe es ja gegen Darmstadt, gegen Wolfsburg so ein bisschen erhofft, erwartet, kam nicht, aber vielleicht auch gar nicht so eine dumme Idee, weil jetzt kam sie. Die Gänsehaut, Choreo, 130 Jahre VfB, kam jetzt von der Cannsteller Kurve aus und ich sage deswegen extra, weil vielleicht haben sie sich wirklich ausgesucht, gesagt, wir machen das gegen Hoffenheim, um auch da ein bisschen Standing klar zu machen, was da für ein Klub kommt mit Hoffenheim. Hochgekauft, seit ein paar geschissenen Jahren in der Bundesliga und dann 130 Jahre VfB-Choreo, die Hauptstadt, vielleicht ist es vielleicht deswegen so ein bisschen gewollt gewesen, das für Hoffenheim bis dahin hinzuschieben und deswegen war es umso schöner, weil ich habe nichts erwartet und dann umso schöner ist das, was gekommen ist, wunderschöne Choreo, VfB, gute Musik auch währenddessen, auch mal wichtig, gute Auswahl, VfB in der Mitte, dann war es links, glaube ich, die Fusion von den Wappen damals und rechts, dann kann schon Kurve noch mit drin, das Element richtig stark, Fahnen war dabei, top, top Ding. Dann, ja, kalte Dusche, 0-1, ziemlich schnell, muss man auch sagen, ein bisschen glücklich, das erste hätten übel, dann prallt der Ball perfekt darüber und da auch das Ding rein zum 0-1 und rechts schnell aus 0-2, durch einen Elfmeter und da muss man auch sagen, das war wirklich eine dumme Szene von Roho, so simpel ist es, war eine dumme Szene, zickzack da, wahrscheinlich könnt ihr dir jetzt schon gar nicht mehr erklären, was er da gerade vorhatte, zickzack, auf einmal ist er weg, Arm im Gesicht, ja, kann sie geben, muss sie geben, Elfmeter 0-2 auf einmal, auch da muss man ja sagen, auch über erste Halbzeit verteilt dann, weil so ging es ja in die Elfzeitpause mit 0-2, das waren halt gefühlt die zwei einzigen richtigen Aktionen von Hoffenheim, so die richtig griffigen Aktionen und zwei Tore, ne, wir hatten auch unsere Chancen, Chancenbuch hat da schon leicht begonnen, und zweite Halbzeit dann nochmal, ne, wieder auf Level gekommen, die wir aus den letzten Jahren kennen oder kannten leider und eigentlich fast weg war, aber vielleicht hieß auch, wir müssen jetzt gar nicht in die Richtung schieben, aber vielleicht hieß halt auch das Thema, wir haben keine Chancen, warum, ja, weil halt ein Gerasi da ist, der jeden Schuss rein macht, gefühlt oder jeden anderthalbten, wie auch immer, jetzt eben heute mal nicht, ähm, das, ich sag nicht Glück, vielleicht nicht die Fähigkeit gehabt, keine Ahnung, auf jeden Fall einfach, es hat nicht sein sollen, in Sachen Abschluss heute, Elfmeter Chancenfreundunterfeierster Halbzeit, ne, kommt noch dazu, da kam wirklich auch alles zusammen dann, da muss ich aber auch ganz klar sagen, sein Interview nach dem Spiel, wo er gesagt hat, ja, Fans sind alle enttäuscht und so, und ich hab quasi ein bisschen Rucksack auf, dass alle erwarten, ich müsste es selber machen wie, wie Seru, wie Gerasi, sehe ich Nummer 1 sowieso nicht so, wir wissen alle die Stärken von Dunderv, wir sind auch alle 100% hinter ihm, kein Mensch erwartet von dem jetzt in den nächsten 8 Spielen 14 Hütten, ne, also absolut nicht, Vollunterstützung, alles gut, ich hab jetzt heute überhaupt keinen Stress mit Dunderv oder sowas, überhaupt nicht, ähm, dann dachte ich mir auch schon in der Phase dann, weil dann Hoffmann angefangen hat mit Zeitspiel, die lagen ständig auf dem Boden rum, klar ist auch viel Stadionblick, weil in manchen Szenen war immer auch eine Verletzung da, wurde ausgewechselt, da war es in der Situation zu übertrieben, wenn man gepfiffen hat oder so, aber gehört halt dazu, und da muss ich auch mal sagen, wir mögen ja an der Materazzo, glaube ich, noch, aber die meisten zumindest, ey, Rino, melde dich halt irgendwie, melde dich bei irgendwem, dass wir dich da rausretten aus der Aktion, weil es kann nicht sein, dass so ein geiler Typ, so ein geiler Trainer, wie wir ihn ja hatten, ich glaube, wie gesagt, die meisten mögen ihn noch, ich auf jeden Fall, so eine Drecksmannschaft trainieren muss, das war ja teilweise komplett nicht mit anzuschauen, was da auf dem Platz passiert ist, so, deswegen, Rino, hier vielleicht irgendwie eine Chance, ein bisschen Ausweg oder sowas, komm raus, dein Gesicht passt nicht zu dem Hoffenheim, so, das will ich damit, glaube ich, sagen, und dachten wir da auch schon, ey, gerade gegen so eine Mannschaft, in so einem treckigen Spiel, würde ein Comeback doppelt und dreifach schmecken, hat nicht ganz so geklappt, aber wir waren zumindest nah dran, 2 zu 1 dann, brutal geil rausgespielt, da eben auch, ne, Thema Unterf, geil mit Arke, weiter auf Führig, Bockstark, und man muss auch sagen, die Stimmungsexplosionen nach den Toren sind immer wirklich was Besonderes, so, wenn quasi gerade vorbei ist mit gut so, von dem, von dem, vom Torjubel, wer das Tor geschossen hat in so Geschichten, mit dem Schallensprecher, und danach das erste Schwappen, der erste Fang ist dann raus, erst mal aus dem Mikrofon vorne vom Kapo hoch, das ist unglaublich, diese ganze Stimmung immer nach, nach Toren direkt, dann muss man auch sagen, ne, wie das so ein Tag, wo du auch wieder gemerkt hast, bei der Szene, beim 1 zu 3, ist ein Tag, das soll es halt für dich einfach nicht sein, so, sagt eigentlich die neue Entstehung mehr, aber Ball geht nach hinten, ein Anton irgendwie, irgendwie am Umdrehen, irgendwie gespinnt, ich weiß auch nicht genau, wie wir in die Lage kamen, aber in 9 von 10 Fällen, sag ich mal, klärt er das Ding halt einfach, hat es auch versucht, und diesmal springt der Ball perfekt in den Lauf von einem Hoffenheimer, und der trifft halt auch nochmal perfekt, sonntagsschussmäßig 1 zu 3, ne, das war auch gefühlt die erste Einzifikation von Hoffenheimsrichtung, in der zweiten Halbzeit übertrieben gesagt, und das merkst halt auch, wie es halt dann verteilt ist, hab auch nochmal, äh, sogar einmal random drauf geschaut, dann auf die, auf die Anzeigetafel, es waren 13 zu 4 Torschüsse, nach der 69. Minute, hab ich da drauf geschaut, unglaublich, aber so Aussagen, auch da Eier gezeigt, Hoeneß wechselt massiv offensiv, auch zu dem Zeitpunkt, fand ich sehr, sehr gut, so Aussagen muss, Schiri wurde leider auch stetig schlechter, stetig bodenloser, war, bis ich gesagt, wie ich es glaube ich auch reingeschnitten hab, ähm, war aber irgendwie auch klar, so wenn du auf die Ansetzungen anschaust, sind glaube ich die meisten nicht wirklich happy mit dem Schiri, ähm, ist sicher auch immer Stadionssicht, also er war schon nicht gut, aber jetzt auch nicht so katastrophal, wie man es im Stadion vielleicht empfunden hat, aber vor allem, deswegen sag ich, stetig bodenloser, je länger das Spiel wurde, desto schlechter wurde auch der Schiri, fand ich auf jeden Fall, ähm, und dann irgendwann, als das 2 zu 3 dann gefallen ist, natürlich auch Exklaration pur, da dachte ich schon, jetzt ist die Druckphase da, auch da ein bisschen Glück gehabt mal, ne, das Ding springt von der Latte, und darf da auch sein Tor machen, ähm, und dann dachte ich, komm, vielleicht geht was, weil wirklich 3 zu 3, aber je länger es dauerte, 75. 80. 85. der nächste Schuss gehalten, der nächste Baumann hier, ist ja unglaublich, was er teilweise gehalten hat, ähm, oder angestickt, halt perfekt anschießen lassen hat, oder so diese kurzen Eckenschüsse, meine ich ja zum Beispiel, 85. jetzt haben wir gleich die Nachspielzeit, plus 6, je mehr flog, so ein bisschen das Gefühl auch bei mir weg, muss ich sagen, äh, dass wir wirklich noch das Ding holen, äh, noch einen Punkt holen zumindest, dann Abpfiff, unglücklich verloren, auch unverdient verloren, muss man ja sagen, 23 zu 7 Torschüsse, äh, Expected Goals sind 3,56 zu 1,75, also 2 Tore besser, klar, da sagt man auch immer wieder, Elfmeter, Elfmeter, aber hatten ja beide Elfmeter, das heißt, kommt auf denselben Abstand raus, wenn man diese, weiß gar nicht, was das sind, 0,8 Expected Goals, so pro Elfmeter sind, kommt aufs selbe raus, hatten beide, das heißt, der Wert, die 2 Tore, der Unterschied quasi, bleibt ja trotzdem bestehen, ähm, ja, deswegen, auch wegen so einem Spielverlauf, lassen wir mal ein Intro auch nicht nehmen, aber wie gesagt, eine Serie bricht leider, nämlich die Hoffenheimer, kein Außerzsieg, jetzt kam er doch, dann sind wir drüber lachen, gechinkst, wie auch immer, aber wir wurden komplett uniont, ne, einfach ein absolutes Spiel, wie wir es gegen Union Berlin überrasse, verlieren würde, so mit Chancenbucher, und der Gegner trifft irgendwie alles, man hat seine Chancen, Aktionsspielverlauf komplett auf seiner Seite, acht, wenn nicht sogar neun von zehn Spiele, mit dem Spielverlauf gewinnst du auch, gegen Hoffenheim, ist einfach so, heute hat es halt nicht sein sollen, ähm, war sehr genervt nach dem Spiel, vor allem wahrscheinlich auch, vielleicht gehen da manche mit, vielleicht manche auch nicht, wegen dem Gegner, so, verliert 2-3 gegen Bremen, den dann reingehen in eine Kurve, mit 7000 Auswärtsfans, die da Vollgas geben, oder gegen Köln, oder wie auch immer, weil, war unglücklich, und dann halt, vom Gegner her auch noch so ein Gegner, der dann, was waren es da, irgendwie 2000 Fans, oder so mitbringen, obwohl so gefühlt, einen Katzensprung entfernt wohnt, äh, mit, mit Sinsheim, mit Hoffenheim, wie auch immer, deswegen war auch fein, der Gegner, glaube ich, das nervige, also dann deine erste Liederlage, und so eine eklige, unverdiente, und auch noch gegen Hoffenheim, fängstweise, das ist halt das Thema, was dann richtig eklig ist, aber, der Thema ist positiv, weil das kam auch recht schnell nach Abwürf, bei mir dann schon, auf dem Rückblick zur Bahn, der Spin ins Positive komplett, ähm, weil wir waren selbst, mit dieser ersten Niederlage, nach sechs Bundesliga-Siegen in Folge, selbst da, haben wir gegen eine Mannschaft verloren, gegen die wir besser waren, so, wir waren besser, es war jetzt nichts, irgendwie man sagt, boah krass, Gerasi weg, boah, jetzt ist wirklich richtig eingebrochen, und die haben ja richtig scheiße zusammengespielt, nein, wir waren besser, und nur unglücklich verloren, ähm, plus, wir haben ja gegen eine Mannschaft verloren, die selber nichts in der Liga verloren hat, Nummer eins, plus mit einem Schiri, der, wenn man sich das anschaut, mit seinem ganzen, im Witz gar nicht zu tief reingeht, weil Schiris bekommen genug Scheiße ab, und genug übertriebene Drohungen ab, in die Richtung will ich gar nicht gehen, aber der auch seine Historie hat, gesperrt wurde, in diesem Skandal, glaube ich, mitverwickelt war damals, und sowas, also quasi gegen eine Mannschaft verloren, die nichts in der Liga zu suchen hat, und einem Schiri, der es auch nicht mehr so komplett tun sollte, eigentlich, sag ich mal, also ohne es zu krass zu meinen, ähm, und das Gute ist ja auch, letzte Saisons tief im Abstiegskampf, hätte es richtig weh getan, würde ich sagen, und jetzt kann man es halt so rumdrehen, dass es heute nicht weh tut, aber einfach nervt, weil wir stehen weiter auf 21 Punkten, ne, nochmal in den Kopf, in den Kopf kriegt das Ding, nach dem Spieltag, sind wir trotzdem weiterhin, mindestens Vierter, mindestens Champions League Platz 4, nach dem Spieltag, ja, dem wie Dortmund halt spielt, ähm, das ist halt weiterhin der komplette Vollwahnsinn, und das Gute ist auch, letzter positiver Spin noch hier zum Ende, wir haben ja sofort eine Chance, es quasi in Anfangszeit wieder gut zu machen, oder für die Spieler gesehen, ihren Frust abzubauen, nämlich am Dienstag im Pokal gegen Union, da werden wir weiterkommen, schon sehr, sehr geil, wünsche ich mir sehr, bin auch natürlich am Start, wird ein geiles Spiel am Dienstag gegen Union, bei dem ist ja weiterhin überhaupt nicht gut, auch jetzt auch bei Bremen verloren, da ist eigentlich direkt ein Spiel, wo du, wie gesagt, ohne jetzt eine zu krasse Erwartungshaltung aufzubauen, aber wo du direkt deinen Frust von heute quasi abbauen könntest, dann bin ich schon durch mit dem Fazit, gerne eure Meinung zu allem in die Kommentare da lassen, klare Geschichte, wie immer auch gerne kostenlos Like und Abo da lassen, weil wir da auch ein bisschen Stadion-Flog gehabt, ein bisschen Stadion-Flog-Feeling gehabt, mein Audio, die Filmerei, da ein großes Dank, dass meine Schwester wieder gefilmt hat, von der Tribüne oben aus, wie gesagt, gerne Like und kostenlos Abo da lassen, ganz klare Geschichte, danke fürs Zuschauen, und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.